Naja, Teenager hat ganz viele Horrorfilme gesehen, aber weiß nicht, dass man sich eigentlich nicht dran darf. So viel zum Thema. Ich bin schon blablabla, sonst bin ich erwachsen. Ich bin schon erwachsen. Dumme Scheißgerede. Futter erhalten. Das ist hier nichts. Nichts interessantes. Boah, die Amor, glaube ich. Boah, wie viel Metin haben die geladen? Ansonsten. Ich weiß nicht, dass ich von Ihnen schon wieder zurückkehren. Es ist nicht gut. Ich habe einen St Wie die anderen... Was genau angesiedelt sind die anderen Monster? Da fangen sie mir nur um. Das muss man sich bemerken. Aber ich sehe sie schlafen gerade. Vielleicht komme ich an ihnen vorbei. Dann tue ich vorbei. Hört sich an mit Cornflakes. Was willst du da geben, Obo? Das vierte? So, abgeknallt. Jetzt wieder scheiß Gelaber. Woher? Ich habe einen Pussymeter in meiner Tasche, ne? Ja, schon blablabla habe ich. So, was braucht ihr denn? Benzin, ne? Oh, Rattengift. Das habe ich gekauft. Oh. Ich schließe es mit zu. Okay. Zurück zu deinem Schatzi, Mr. Lava Lava, aber ich hab da einfach nicht so im Auge drin. Da wirst du, ich hab die ganze Nacht nicht geschlafen, weil ich hab da jetzt so ein Sandkorn oder irgendwas reinbekommen, das war zwischen meinem Auge und den Augenlidern. Und zwar so oberhalb der Pupille. Ziemlich mittig sogar. Das ist so scheiß gewesen. Jedes Binzeln, Alter, hat man diese Kerbung gehört. Na nicht gehört, aber gespürt. Ich hab mal Schleidertippen. Komm, heu rum. Das hätte sich geschmückt, wenn... Diese Flan-Animation da ist. Okay, das wäre keine Animation, das eigentlich nur ein Bild, aber... Ich geh in die Schleserei. Hol mir ein Steak oder zwei. Fünf, fünf, fünf. So. Hä? Hoppala. Da hab ich wohl ein Fail gehabt. So. Aber... Diesen Ritzel verstehe ich nicht. Ja. Na. Impulieren. Eins, zwei, drei. Weiß ich... Wie geht der Auto den... Naja. Bla, bla, bla. Wer hat mich denn vom Einschleichen? Ja. Mal gesehen. Oh. Btu btu. Multi-Kill. Sie ist tot. Wie kann man überhaupt unterscheiden, ob jetzt eine... ne, das mi... schmiert sein... So, hier kann man eigentlich nicht unterstellen, ob es so eine männliche Ratte ist und so eine weibliche gibt es irgendwie so eine Erkennung am Schwanz, was da eigentlich noch am Schwanzendring was hatte. Ja, ich weiß es nicht. So, wir stellen für Apple, bla, die Tür ist abgeschlossen. Warte mal, stopp, halt. What the fuck bin ich hierher gekommen? Kalender erhalten. Boah, okay. Ich habe die Stimmung schon abgeschaut. Ich muss ja auch wieder einschalten. Es hat gerade ein Zahl im Schloss. Darüber sind vier Mondsymbole. Oh Gott, Alter. Wie, warte. Genau so die erste Ziffer. So, jetzt haben wir einen Vollmond, Halbmond, dann entgegen Halbmond und, ja, eine mit Downsicherung. Und was hatten wir denn erstmal? Irgendwas wird jetzt vollen Mond. Das war elf. Achso, dann die, aha, drei. Siebzehn. Segen. Oh Gott. Oh Gott. Ich kann sich gar nicht merken, was ist das für die Zahl? 1.000, 10.000, 1.317,000. Ok, gut, ja. 11. 13. 17. 25. Ach komm schon, was haben wir denn? 1. Ja, Mond, bla bla, und... Ja, komm, geht mal. Was haben wir denn? Also, 11. Ach, nicht 13, sondern 3, vielleicht, ja. Wups. Und die Lubezahlen, ja, 25 ist die Superzahl. Gehen wir rein. Was ist das für ein Ort? Der ganze Boden ist voller Blut. Na ja, komm. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Alan hier ist. Alan, aber doch. Ich kann nicht einfach weggehen. Was ist das für ein Ort? Okay. Oh. Ui. Mein Gott. Ja. Ja. Tja, fuck. Ich hoffe, es ist nur geplant. Ja, äh, und? Oh, die haben ja auch einen Schütz. Oder ist es ihre Unterwäsche? Kleid oder Unterwäsche? Ja, ich glaube eher Kleid. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich gefesselt? Oh. Was haben wir denn? Wollen die mit mir das gleiche machen wie mit dieser Frau? Nein. Was darf ich nicht verziehen? Jake, bitte helf mir doch. Wer? Die Bitch? Bitte lassen wir es doch gehen. Ich habe doch niemandem das getan. Sie beginnen lassen, dass wir hier auch niemanden wissen, was hier passiert ist. Bitch. Ja. Mitkommen. Bitte, du darfst nicht. Mitkommen. Ja. Mal ein Zweifel. Ich fahre in der Polizei-Levier. Drei Polizei-Levier. Matt hat es auch erwischt. Du darfst nicht länger warten, töten wir diese Bastarde. Ja. Ich bin auch dafür. Er treibt sich bei der Werkstatt herum. Woher warten wir denn noch? Das sind zwei Bitches, wa? Bitte, hast du mich doch okay? Du musst bestraft werden. Aber warum denn? Was habe ich getan? Weil du die anderen, ich nehme die schon mal mit. Scheiße. Wie soll ich da jetzt? Was haben sie mit mir vor? Sie dürfen das nicht tun. Oh, guck mal. Eigentlich, die hat eine richtig keile Stachel dran. Die Kette. Das sehe ich gerade. Ist ja geil. Na gut, so. Was sind wir denn da? Folter-Instrumento-Sägen. Was ist denn das? Ist das ein... Oh Gott, wie nennt man das? Oh Gott. Ich weiß gar nicht, dass muss ich das wissen. Äh, Stimmgabel, genau. Da hinten bei der Säge und so. Und da war... Halt endlich deine Fässer! Sonst schreibe ich jeder mit Zunge ab! Ich? Ich muss hier raus, sonst. Was? Was? Ich muss mir sagen, das könnte gehen! Äh, will ich mich verarschen? Ist das über Säge und all so nen Scheiß? Was? Verschmitte Werkzeuge. Also... Oh, schon 14. Ich hab schon... Fast... Hoppala! Ah... Jetzt, was das Ganze in den Sinn ergibt. Wir haben eine weitere Tourist-Animation. Es ist etwas eingereistet. Sonst kommen Geräusche. Datengeschmol terrible! Nein, ich lasseführer. Entschuldigung, der hat sich zusammen bei uns meinen H� einmal minimal auf Shine. Abonnentenning! Fürutt gegangen sind der stillen Wally. Vielen Dank.